Guten Morgen Kankis, für uns geht's heute schnorcheln. Wir machen heute keine Delfin-Tour, aber dafür gehen wir das erste Mal an unserer eigenen Bucht schnorcheln. Mein Goal ist auf jeden Fall eine Schildkröte zu sehen. Was machst du da? Warum? Wieso hast du denn die ganzen Sachen schon mal an? Wir gehen doch schnorcheln. Leute, gucken wie das aussieht. Wir gehen doch schnorcheln. Müsst ihr hier drin schnorcheln gehen oder was? Ja, aber wir haben doch gesagt, wir gehen schnorcheln, nicht bevor wir rauskommen. Aber nicht hier drin. Fabian Schuck ajam ajuch Solo geht's ö ö G f ,